wir leben ja in einem medialen zeitalter mit fernsehen und internet und so und so bin ich auch zu hiphop gekommen ich bin ja relativ weit weg von dem was sonst so passiert auf gar nicht mal so ausgesuchte art und weise also ich weiß nicht inwieweit ich dazu beitrage ich weiß halt nicht was bei mir schief gelaufen ist